So, und da bin ich sehr mit zufrieden und O2, er sagt ja immer O2, die Netze sind nicht so tolle. Alle Netze sind nicht gut in Deutschland. Alle Netze sind nicht gut in Deutschland, das kann ich hundertprozentig unterstreichen. So, jetzt habe ich ja ein bisschen Erfahrung. Das heißt, ich war in Spanien, ich war in Portugal, ich war in Frankreich, ich war in Luxemburg, ich war in Belgien, in Dänemark, in Polen, in Tschechei, Estland, Lettland, Litauen. Ja. Und hatte überall super Empfang.